Hast du Freunde? Ich kann dein Freund sein, wenn du willst. Seit ihrer Kindheit... Bist du schon mal auf den Leuchtturm hoch? Ich kann dich die Treppen bis ganz rauf tragen. ...wussten sie, ihre Liebe würde ewig halten. Seine Verlobte heißt Mathilde. Ich höre ihr Herz schlagen, wie Morsezeichen. Wir werden heiraten. Doch dann riss der Krieg sie auseinander. Wenn Porschisch ins Zimmer kommt, bevor sie mich zum Essen rufen. Wenn die Schale bis zum Ende nicht reißt. Wenn ich bis sieben gezählt habe und der Zug nicht in einen Tunnel eingefahren ist. Wenn ich vor dem Wagen an der Kurve bin. Wenn ich vor ihm an der Kurve bin. Dann lebt man weg noch. An deiner Stelle würde ich ihn vergessen, Mathilde. Das führt doch alles zu nichts. Wenn er am Leben wäre, warum hat er nie was von sich hören lassen? Ich bitte Sie, sagen Sie mir, was aus ihm geworden ist. Alles sehr mysteriös. Ich will Zugang zum Armee-Archiv. Dieses lose Blatt war hoffentlich nicht als streng geheim klassifiziert. Ich will es doch nur wissen. Ich will es verstehen. Ich will es verstehen! Ich will es verstehen! Hey! Liebe ich meine provide,at sie zu uns dealigierend! ekericki! Nein! In Anni 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 in Anni, Untertitelung des ZDF, 2020